Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so eine Tomat hier richtig in Würfel bzw. Scheiben für zum Beispiel einen Salat schneiden kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst brauchen wir mal ein Schneidebrett hier und der klar am Wasser gewaschene Tomate ohne diesen Grünzeug hier oben hierfür einfach mal oben etwas drehen. Dann löst sich dieses nämlich auch schon relativ leicht und dann auch noch ein hochwertiges scharfes Küchenmesser. Denn mit einem Stumpfen macht das Zubereiten einfach keinen Spaß. Doch genug geredet, jetzt schneiden wir unsere Tomate hier erstmal in Scheiben. Hierfür nicht wie üblich den Strunk hier oben haben, sondern diesen lieber seitlich nehmen. Der Vorteil hierbei ist, dass wenn ich das Ganze jetzt in Scheiben schneide, dass dann das Weiche im Inneren an dem Fruchtfleisch mit Dorten kleben bleibt sozusagen. Und sich nicht von diesem sofort löst, wenn ich hier ein paar Scheiben abschneide. Auch schneide ich am Anfang recht gerne ein kleines Stück hier einmal in der Nähe von dem Strunk ein. Der Vorteil hierbei ist, dass ich danach beim Schneiden auch noch die Tomate hier hinten schön festhalten kann. Jetzt die Tomate aber erst einmal in die gewünschte Dicke schneiden. Hierfür muss man unbedingt ein scharfes Messer haben, denn mit einem relativ stumpfen Messer würde man das Ganze nur quetschen. Und jetzt, wenn ich ungefähr bei der Mitte angekommen bin, kann ich nämlich hier hinten, wo ich schon reingeschnitten habe, die Tomate einmal leichter festhalten, wodurch mir diese auch nicht wegrutschen kann. Und ich kann meine Tomate somit auch zum Ende schneiden. Und da, wo ich reingeschnitten habe, ist dann sozusagen auch das letzte Stück. Und somit habe ich meine Tomate auch schon richtig in Scheiben geschnitten. Bei der zweiten Methode würfle ich meine Tomate jetzt. Hierfür zuerst einmal knapp neben dem Strunk die Tomate halbieren. Und dann kann ich nämlich diese Hälfte nehmen und den Strunk einfach mal mit so einem V-Schnitt hier ganz einfach rausnehmen. Denn diesen können wir natürlich nicht verwerten. Nun die Hälfte einmal umdrehen, dass sie schön auf dem Schneidebett drauf liegt. Mit der einen Hand von oben etwas drauf drücken und dann halbiere ich meine Tomate hier noch einmal. Das sollte so auch schon passen. Als nächstes kann ich die Tomate jetzt nämlich wieder in die gewünschte Dicke hier in Streifen schneiden. So wie bei mir in der Fall. Und dann natürlich auch noch von der anderen Seite, dass das Ganze einfach gewürfelt ist. Hier kann man sich ruhig etwas Zeit lassen, bevor man sich irgendwie schneidet oder die Tomate am Ende sogar noch knevetschen würde. Und somit haben wir auch schon unsere Tomate richtig in Würfel, in der entsprechenden Größe, beziehungsweise auch in Scheiben geschnitten. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so ein hochwertiges Küchenmesser, Kochhandschuhe oder auch ein Profi-Schneidebrett zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Marken erstellen zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert. Und du musst nicht extra in einem Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hierbei zulegen möchtest, dann einfach hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken. Und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.